Hallo und so ein schöneres Vibes, wir spielen eine Runde Minecraft Bedwas auf der Karte, Farbenet mit. Voller Maid-Anzahl, gerade eben die Runde, die war stabil auf jeden Fall, die werde ich vielleicht noch... Ich werde die, ich habe eine Idee, ich werde die nach dieser veröffentlichen. Und dann seht ihr mal, was das für eine Runde war. Das war erbärmlich. Ich bin so froh, dass es dann nicht so ein Typ war wie davor, der da meinte mich als schlecht zu beleidigen müssen. Das war echt erbärmlich. Okay, aber das passiert halt auch. Einmal am Tag bei mir. Und ja, jetzt vielleicht mal vernünftige Mates. Ich hoffe, man hört mich und die Musik ist nicht zu laut. Eigentlich hätte ich jetzt gedacht, dass es passt, aber es klingt im Nachhinein noch lauter. Ich rede jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen lauter, aber... Nein, warum sagt ihr denn nichts? Egal. Ja, letztes Mal, vorletztes Mal glaube ich... Nee, letztes Mal wirklich. Gewiesen bekommen, dass es doch ohne Bett ganz gut geht eigentlich. Wenn man nur kurz passiv bleibt und wartet, bis noch ein Bett vielleicht weg ist. Kommt doch bitte wieder zurück. Habt ihr keine Blöcke? Habt ihr keine Blöcke? Ich glaube, die haben keine Blöcke. Ich will nicht runtergeschossen werden, ist die Sache. Okay, die sind angekommen. Kommt schnell zurück, kommt schnell zurück, kommt schnell zurück. Alter, der Teamwork. Teamwork plus eine Million. Okay. Unser Bett ist weg. Ne? Äh, ich hab das leider nicht mitbekommen, dass unser Bett abgebaut wurde, denn ich war noch am shoppen. Okay, ich hätte da vielleicht ein bisschen mehr darauf achten können, aber... Na? Ich geb mir nie selber die Schuld. Warum sollte man sich selber die Schuld geben? Man kann ja auch anderen die Schuld geben. Hauptsache, die equippen sich jetzt ein bisschen und gehen nicht links drauf. So, Drop-Oder haben wir. Wir wissen, wie wichtig das ist. Ich hab's gerade eben in der vorigen Runde, also vor zwei Runden, sehr vermisst. Hätte ich das da gehabt, dann hätte ich die Runde auch gewonnen gegen den Typ. Aber gut, kann ich jetzt auch nichts mehr dran ändern. Okay, die pushen anscheinend zumindest, oder versuchen das zumindest. Ähm. Okay, weil den hat einer verlassen. Nein! Ich hätte gedacht, ich schaff's.